Ich bin dead! Steuersachen gemacht, ich hab Rechnungen gemacht. Ich musste mir einfach sehr viel Stuff nachkaufen, beziehungsweise... Aber irgendwie hab ich mir das besser vorgestellt. Und ich wünschte, ihr könntet riechen, wie die gerade riecht. Ich weiß gar nicht, wie ich anfangen soll. Musik Hi Leute! und willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute gibt es wieder mal einen Vlog. Ich muss ehrlich sein, ich hatte die letzte Zeit nicht so Bock zu vloggen. Einfach, weil ich das Gefühl hatte, dass die nicht so gut ankommen oder dass einfach nicht so viel abgeht und ich euch auch nicht irgendwie die ganze Zeit zulabern will und es halt einfach langweilig ist. Und deswegen habe ich mir jetzt aber überlegt, dass ich ein bisschen vlogge, weil ich einfach Bock zu hatte. Ich hatte heute richtig Lust, die Kamera in die Hand zu nehmen und einfach ein bisschen zu labern und euch einfach so mitzunehmen. Es wird auf jeden Fall ein Weekly Vlog. Ich werde heute nicht nur vloggen, weil heute so ein bisschen was ansteht und ich da nicht immer die Kamera draufhalten kann. Ich habe heute Morgen sehr viel Organisatorisches gemacht. Ich war sehr produktiv. Ich bin stolz auf mich, dass ich es jetzt alles abgearbeitet habe. Ich habe Steuersachen gemacht, ich habe Rechnungen gemacht. Ich habe mein Zimmer aufgeräumt und ich werde jetzt mit meiner Mama nach Frankfurt fahren. Wir werden Bilder machen. Vielleicht werden wir uns irgendwas Leckeres zu Foden holen. Who knows? Wir wissen noch nicht ganz, wie der Plan genau ist. Wir müssen Pakete wegbringen. Wir müssen allgemein zur Post. Und ja, das ist so der Plan für heute. Morgen muss ich auf jeden Fall ins MTZ. Ich bin gerade auch dabei, mich zu schminken, weil ich ein bisschen im Zeitdruck bin. Ich werde einfach morgens hinfahren. Ich werde mir vielleicht ein Starbucks holen und dann ein paar Erledigungen machen, weil sehr viele Sachen von mir leer gegangen sind und ich so ein paar Sachen brauche. Und vielleicht nochmal ein bisschen rumshoppe bei Zara. Wobei bei uns bei dem Zara gibt es immer nur irgendwie so weirde Sachen. Also nicht so geile Sachen wie jetzt im Online-Store. Und irgendwas wollte ich noch unbedingt erledigen. Aber irgendwie habe ich es gerade vergessen. Ich wollte unbedingt ein Workout machen. Ich wollte unbedingt ein bisschen mehr Sport machen. Und ich habe mir jetzt so diesen Vlog genommen, um mich so ein bisschen selbst zu motivieren. Ich hatte jetzt eine Woche lang meine Tage. Und davor, zwei, drei Tage davor kamen erst alle Teile für mein Fahrrad an. Ich habe euch ja im letzten Vlog erzählt, dass es da so ein paar Komplikationen gab wegen der Schuhe und allem. Und jetzt hat sich das alles geklärt. Und dann hatte ich meine Tage, hatte keine Motivation, hatte Bauchschmerzen und war einfach so food, food, food und kein Sport. Und deswegen jetzt sind meine Tage vorbei. Und ich will mich jetzt wieder so ein bisschen darauf konzentrieren, meine Motivation wieder rauszuholen und einfach wieder öfter Workouts zu machen. Vor allem jetzt, wenn ich dieses Bike habe, dass ich auch wirklich durchziehe. Morgen Abend gehe ich mit meiner Fam und Arthur zu Abendessen. Und darauf habe ich sehr Bock, weil das da richtig lecker schmeckt. Und ansonsten passiert nicht so viel. Ich habe auch mein Zimmer umgestellt. Ich glaube, man kann es schon ein bisschen erkennen, weil einfach wegen dem Bike hier so ein bisschen das schwierig war, das unterzubringen. Und jetzt habe ich so die perfekte Lösung gefunden. Deswegen werdet ihr das auch in dem Vlog sehen. Und ich finde jetzt die Konstellation in meinem Zimmer mit am besten. Mein Papa muss mir noch ein bisschen helfen, hier so ein paar Sachen abzumontieren. Ich habe meinen Schminktisch abgegeben. Ich habe meinen Spiegel hier hingestellt. Ihr werdet jetzt alles noch sehen, weil das einfach vom Platz her viel, viel besser ist und sich viel besser anbietet. Aber ich werde euch das noch genauer zeigen. Jetzt ist es aber noch so eine kleine Mess, weil ich noch so gucken muss, wie ich alles anhört. Und ich habe keinen Schminktisch mehr. Das heißt, ich habe meine Schminke in der Kommode verstaut. Ich schminke mich jetzt immer hier am Tisch. Und der Spiegel muss noch ab und alles umdekoriert werden. Aber wenn es final ist, dann werdet ihr es auf jeden Fall sehen. Vielleicht drehe ich dann irgendwann mal eine Roomtour. Aber ich bin einfach nie zu 100% zufrieden mit meinem Zimmer. Deswegen muss ich mal schauen. Aber ihr werdet es ja mal sehen. Und wenn nicht, seht ihr es in Vlogs. Und ja, ich mache mich jetzt erstmal weiter fertig. Dann fahren wir los. Und ich habe schon wieder so ein bisschen Hunger, wo ich heute ein Poach gegessen habe und ein bisschen von meinen Nudelnresten von gestern Abend. Weil ich habe gestern Nudeln bestellt. Und ich habe noch ein bisschen übrig. Und die habe ich heute Morgen gegessen. Dann habe ich mir noch ein Mini-Poach gemacht. Aber ich habe schon wieder Hunger. Deswegen muss ich mal schauen. Ich habe Bock. In Frankfurt gibt es einfach die geilsten Sachen. So Leute, ich bin fertig geschminkt. Und ich glaube, ich werde meine Haare auch einfach in einem Zopf lassen. Weil ich wenig Lust habe, die jetzt zu locken oder glätten. Und wir auch nicht mehr so viel Zeit haben. Aber ich werde jetzt erstmal meine Mama fragen, ob sie mit mir ein Subway holen will. Also ein Sub bei Subway. Ich habe nämlich irgendwie Cravings drauf. Und ich habe Subway früher gehasst. Ich bin nie zu Subway gegangen. Wenn andere da gegessen haben, habe ich mir nie was geholt. Aber ich habe gerade einfach Bock drauf. Ich habe mir weder ein Mookbang von Subway angeguckt, noch irgendwie ein Bild. Aber ich habe Bock. Ich habe richtig Bock. Und ich muss noch meine Mascara wegmachen. Yay. Ja. Hast du Lust? Warum? Zu Subway? Da geht es um, wenn es herzhaft ist. Subway ist herzhaft, Mama. Da gibt es auch süß. Nein, die ist herzhaft. Ich war auch herzhaft. Wann bin ich denn jetzt so herangesucht? Can you tell me something? Ich habe mich umgezogen, angezogen. Und wir fahren jetzt zu Subway. Ich habe bei meiner Mama eben gefragt, ob wir zu Subway wollen. Und sie hat jetzt auch Lust. Wir haben eben Bilder gemacht von so einer geilen Garage. Es fühlt sich immer gut an, wenn die Bilder vorm Essen fertig sind. Weil wir eigentlich meistens was essen gehen, wenn wir auch Bilder machen. Und es ist einfach viel geiler, wenn man es vorm Essen schon fertig hat. Aber das ist sowieso besser, damit der Bauch nicht so gebläht ist. Weil wenn ich viel esse und danach Bilder mache, dann sagt sie auch immer, mach es nicht, weil dein Bauch wird gebläht sein. Ich hoffe, ihr hört mich überhaupt als Herz auf. Wir fahren jetzt zu Subway. Ich glaube, ich war da seit sechs, sieben Jahren nicht mehr. Jetzt kein Witz. Ich habe da so lange schon gegessen. Und irgendwie habe ich so nichts drauf, obwohl ich gar nicht mehr weiß, wie es genau schmeckt. Leute, ich habe meinen Sub. Und meine Mutter war währenddessen in so einem Schuhladen. Und jetzt wird gefoodet. Ich habe mich mal wieder komplett selbst überschätzt. Ein halbes Sub hätte gereicht, aber ich habe mal wieder ein ganzes genommen. Und bin jetzt bei der Hälfte. Und kann nicht mehr. Obwohl ich so viel mal esse. Bei mir ist es voll oft so, dass ich Sachen crave. Und die ich einfach schon voll lange nicht mehr gegessen habe. Und wenn ich die dann esse, dann ist es überhaupt nicht so satisfying. Und so ist es gerade mit dem Sub. Ich habe mir den irgendwie geiler vorgestellt. Vielleicht hat die sich nicht so Mühe gegeben, weil die so semi-motiviert waren, weil ich die Einzige war, die da war. Aber irgendwie habe ich mir das besser vorgestellt. Und ich wollte noch mit meiner Mama woanders in Essen gehen. Da, wo wir jetzt hingehen. Und sie ist dort und ich trinke nur einen Kaffee. Und jetzt habe ich viel mehr Bock da zu essen. Ich glaube, ich heb einfach die eine Hälfte auf und die kriegt dann mein Papa oder so. Und dann esse ich da auch noch was Kleines. Weil es schmeckt mir doch nicht mehr so gut, wie ich dachte. Deswegen war ich auch nicht bei Subway, weil irgendwie finde ich es doch nicht so geil. Es ist der nächste Tag. Ich bin jetzt gerade im Auto. Ich bin schon ein bisschen unterwegs. Ich war heute ganz spontan. meine Nägel fixen. Die sind so ein bisschen kaputt gewesen. Da hat sich so ein bisschen der Topcoat hat sich so ein bisschen verabschiedet und hat sich abgeschält. Und nicht wundern, ich habe Self-Tan im Gesicht. Ich habe den heute Morgen drauf gemacht, bevor ich gegangen bin, so um halb neun. Und der wirkt jetzt immer noch ein. Wir haben jetzt zwei Uhr. Ich war die ganze Zeit im Nagelstudio. Und jetzt sind meine Nägel wieder pretty. Ich habe diesmal Farbe gewählt anstatt weißen French, weil ich das jetzt einfach die letzten Mal immer hatte und ich wollte mal was Neues ausprobieren. Ich habe euch auch auf Insta abstimmen lassen und die meisten waren absolut für dieses Blau. Und ich kann es auf jeden Fall verstehen. Ich bin jetzt im MTZ. Ich muss heute ein paar Erledigungen machen. Ich muss sehr viel nachkaufen. Mein ganzes Make-up ist alle. Meine Charlotte Tilbury Hollywood Flawless Filter Foundation. Das ist ja wirklich keine Foundation eigentlich. Ist leer. Mein Puder ist leer. Mein Abschminkzeug ist leer. Ja, meine Lip Creams von NYX wollte ich mir noch ein paar neue holen, weil ich die immer irgendwo hin tue. Immer in irgendeine Tasche, in mein Auto, verteilt in meinem Zimmer. Und ich will so ein paar Backup-Produkte haben. Deswegen werde ich mir davon ein paar holen. Und was Kleines zu fooden. Und dann fahre ich nach Hause und werde wahrscheinlich anfangen, den Block zu schneiden. Und dann gehen wir heute Abend essen. Deswegen werde ich mich jetzt nicht so voll essen, weil wir um 19 Uhr essen gehen. Ich dachte, wir gehen früher. Deswegen habe ich es voll vercheckt. Aber wir gehen jetzt um 19 Uhr. Ich habe meine Tasche dabei. Da werde ich jetzt mein Portemonnaie reinmachen. Und eigentlich habe ich gar keinen Bock, jetzt so viel Geld auszugeben, weil normalerweise kaufe ich meine Produkte immer so alle separat nach, weil immer alle unterschiedlich schnell leer gehen. Aber irgendwie dieses Mal sind die alle gleichzeitig leer gegangen. Und deswegen gebe ich jetzt sehr viel Geld für sehr viele Produkte aus. Aber dann habe ich wenigstens mal wieder ein paar und muss nicht so schnell alles neu nachkaufen. Und ich wurde mal wieder geblitzt. Habe ich euch das erzählt? Ich war mit meinen Eltern, ich habe die ja vom Flughafen abgeholt. Und da steht immer mal wieder ein Blitzer. Ich glaube, jeder, der da öfter lang fährt, weiß, auf diesen Autobahnen, ist immer ein Blitzer-Alarm. Und mein Vater sagt noch so, pass auf, wir sind immer Blitzer. Bam, wurden wir geblitzt. Lol. Egal, meine Eltern waren dabei. Also von daher heißt jetzt nicht, dass es deswegen besser ist. Ich kriege einfach mein Handy in diese Hülle nicht rein. Wow. Aber es waren, glaube ich, eh nur 10 kmh zu schnell, weil ich war auf 90 und ich glaube, da war 80 so eine Straße lang. Aber egal. Das erste Mal statt Chidoba thailändische Nudeln genommen. Eigentlich, ich bin immer ein Fan davon. von mir Chidoba zu holen. Und ich nehme das immer als erste Wahl. Aber heute hatte ich extrem Bock auf Thai-Nudeln mit Gemüse und so. Einfach geil. Ich habe mir mein ganzes Backup-Zeug geholt. Ich zeige euch alles zu Hause. Und ich werde jetzt erst mal fooden und dann tanken gehen, weil mein Tank ist bald alle. Und dann fahre ich nach Hause. Aber ich gönne mir das jetzt erst mal. Ich habe so Bock drauf. Ich bin wieder zu Hause und ich dachte mir, ich zeige euch mal meine Ausbeute. Ich glaube, es könnte vielleicht ein paar interessieren. und ich musste mir einfach sehr viel Stuff nachkaufen beziehungsweise ein paar der Sachen. First of all war ich bei Sephora mal wieder und habe mir da mein Hollywood Flawless Filter von Charlotte Tilbury nachgekauft. Ich benutze den in der Farbe 4. Ich weiß nicht, wo es steht. Genau hier. Und ich bin, wie gesagt, sehr zufrieden damit. Ich habe den euch jetzt schon so oft gezeigt und habe euch so oft gesagt, dass ich den so unnormal feiere. Und ich habe mir auch mal die Airbrush Foundation von Charlotte Tilbury vorhin angeschaut. Aber ich war so, komm, benutze jetzt einfach weiterhin das, was wirklich gut zu dir gepasst hat, mit dem du zufrieden warst. What the fuck is this? Augenbrauenzeug. Wow. Und deswegen habe ich den mitgenommen. Aber wahrscheinlich werde ich mir auch irgendwann nochmal die Foundation davon bestellen und ausprobieren. Also falls ihr das mal sehen wollt und ich die testen soll, let me know. Und weil ich mich als Member angemeldet habe, habe ich noch von Fenty Beauty einen Gloss geschenkt bekommen. Und ich glaube, das ist der, den ich auch schon habe. Ich packe den mal aus. Ich habe den noch nicht ausgepackt. Die hat ja aber mehrere Farben. Aber ich glaube, das ist diese Standardfarbe, die ich mir gekauft habe. Ja. Die Farbe habe ich schon in groß. Aber trotzdem ganz cute. So fürs Auto oder so oder für eine Tasche, die man immer benutzt. Aber ich muss sagen, ich bin ja momentan eh nicht so der Lipgloss-Träger. Ich glaube, das seht ihr auch bei mir. Ich fühle es gerade nicht mehr so, aber ich glaube, aber ich glaube, das wird irgendwann wieder bei mir zurückkommen. Finde ich aber ganz cute. Dann war ich bei Douglas, habe mir einfach meinen Puder nachgekauft. Ich benutze zur Zeit das Laura Mercier in Translucent. Ich bin damit sehr zufrieden. Ich habe das einmal getestet und wollte gucken, ob das Geld das wert ist. Und ich finde, das ist es wert. Also ich kann euch das nur empfehlen, falls ihr ein gutes Puder sucht. Aber ich bin mir auch sicher, dass es sehr gute Dupes in der Drogerie gibt. Aber ich probiere die nicht so aus, weil ich bis jetzt immer schlecht Erfahrungen sammeln durfte. Und ich habe dann noch so eine kleine Parfümprobe bekommen. As usual von Lancome. Also werde ich auch mal ausprobieren. Aber die gebe ich meistens meiner Mama. Und irgendwas ist da noch drin. Und dann war ich bei DM. Ich habe mir wieder meine NYX Lip Cream in Stockholm nachgekauft. Ich habe gemerkt, die Farbe trage ich lieber und öfter als Abu Dhabi. Abu Dhabi ist so ein bisschen dunkler und so ein bisschen kühler. Und einfach so, keine Ahnung, die Farbe fühle ich nicht ganz so wie Stockholm. Aber ich mag beide sehr gerne. Aber Abu Dhabi habe ich noch genug. Und Stockholm geht langsam bei mir alle. Und außerdem habe ich euch ja auch gesagt, dass ich die immer gerne überall habe. in Taschen in meinem Auto. Irgendwo verteilt in meinem Zimmer, weil ich die einfach immer benutze. Und einfach sicher gehen will, dass ich immer ein Backup da habe. Deswegen habe ich mir jetzt noch eins gekauft. Und dann habe ich mir auch noch dreimal mein Abschminkzeug gekauft. Und ich weiß, viele werden sich jetzt denken, hä, das ist ein Duschgel. Was für Abschminkzeug? Ich habe das bei Leon mal gesehen. Und er meinte, dass es sehr gut ist, um sich damit abzuschminken. Ich weiß nicht, ob der irgendwie mal ein Update dazu gemacht hat und gesagt hat, dass es es nicht ist. Aber ich benutze es immer noch und zwar von Balea aus dieser Med-Reihe das Ultra Sensitive Duschgel ohne Parfümparabene Farbstoffe. Und ich benutze es legit immer, um mich abzuschminken. Ich mache mein Gesicht vorne weg mit so einem öligen Ding von Rewe. Das habe ich euch auch mal gezeigt, um einfach meine Mascara wegzumachen. Aber das benutze ich wirklich, um mein Gesicht komplett zu reinigen. Und ich muss sagen, it's matching with my nails. Ich habe das so oft ausgetestet und ich bin danach so oft mit anderen Produkten nochmal drüber gegangen. mit dem von Clinique, mit diesem Balm, den ich auch immer benutze, zum Abschminken, den feiere ich auch. Aber der entfernt nicht komplett so gründlich wie der hier. Also ich bin von dem einfach am meisten überzeugt. Ich bin mit irgendwelchen Micellenwassern oder irgendwelchem anderen Abschminkzeug immer drüber gegangen, um zu gucken, ob noch was da ist. Und bis jetzt hat der einfach am besten gereinigt und hat einfach alles weggenommen und wirklich sehr gut das Gesicht vom Make-up entfernt. Und deswegen... Ne, das Make-up vom Gesicht entfernt, ne? So. Allgemein, ich kann euch das eigentlich auch als normales Duschgel empfehlen, weil halt einfach die ganzen Sachen fehlen und das ist safe, viel, viel besser als als normale Duschgele für die Haut. Aber ich benutze das wirklich eigentlich nur zum Abschminken. Es riecht halt nach nichts, deswegen benutze ich das jetzt nicht für unter die Arme oder so. Da mag ich das, wenn es so ein bisschen riecht und Parfüm enthält. Aber für mein Gesicht benutze ich immer das und ich hoffe, dass es immer noch so gut ist, wie Leon gesagt hat. Ansonsten habe ich ein Problem, weil ich weiß nicht, was ich sonst benutzen soll. Weil dieses von Clinique ist sehr teuer und reinigt meiner Meinung nach nicht zu 100%. Also zumindest nicht so stark wie das hier. Hallo! Ich wünsche dir eine Ruhe, wie er aussieht. Ich wünsche dir eine Ruhe. guten morgen leute hi leute es ist zwei tage vergangen und ich muss da so einen kleinen real talk halten die also wirklich ich verstehe mich selbst einfach nicht gestern war ein sehr krasser gammeltag ich glaube gestern war der biggest gammeltag den ich seit langer 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 zeit hatte wirklich ich war die ganze zeit am chillen ich habe nicht wirklich was gemacht ich war abends mit einer freundin draußen und haben was gefunden und so was aber sonst habe ich nicht viel gebacken bekommen ich habe mein video fertig geschnitten das war das einzig produktive was ich an dem tag gemacht habe obwohl ich mir weitaus mehr vorgenommen habe und ich bin so ein bisschen es hilft mich so ein bisschen weil ich mir einfach so viel vorgenommen habe aber gestern hat es einfach so sehr gewittert es hat so geschüttet und es war die ganze zeit dunkel und man hatte einfach keine motivation und ich habe schon gesehen dass in voll vielen städten in deutschland einfach so überschwemmungen waren in nordrhein-westfalen und in rheinland-pfalz soweit ich weiß und ich finde es sehr heftig habe die ganzen videos gesehen da ist einfach ein typ random jetski gefahren in der stadt weil es einfach so überschwemmt war also ist an der also das war fanny aber dieses ganze an sich ist natürlich nicht lustig und ich habe wirklich sehr großes mitleid mit den leuten weil ich mir gar nicht vorstellen will und wie das ist wenn man sachen verliert egal ob es nur das auto ist oder direkt im haus irgendwas ist oder in der wohnung und einfach so das leben auf den kopf gestellt wird mir tut es unglaublich leid bei uns haben wir davon nicht viel mitbekommen bei uns hat es einfach nur die ganze zeit geregnet und zwar halt einfach so ein richtiger rainy day es war einfach am himmel komplett dunkel und nicht mal die sonne kam also die sonne kam nicht mal einmal raus bei uns und deswegen war meine laune auch gestern so ein bisschen down und ich wollte ja eigentlich sport machen ich hatte mir das extrem vorgenommen ich glaube ich habe es am anfang vom blog auch schon gesagt und gestern hatte ich genug zeit um sport zu machen aber ich konnte mich nicht motivieren ich es ging nicht ich hatte absolut gar keinen bock mich aufs bike zu setzen und irgendwas zu machen und ich habe euch das auch auf insta gesagt und ganz viele haben gesagt dass ich einfach einfach machen muss und dass man einfach nicht drüber nachdenkt sondern sich einfach drauf setzt und anfängt und bei mir fängt es schon an aus dem bett zu steigen und mich umzuziehen für den sport weil ich halt nicht in einem pulli sport mache und meine leggings anhab oder sportzeit allgemein v bin mich einfach umzuziehen und dann haben ganz viele gesagt dass ich mich morgens direkt in sport klamotten werfen soll wenn ich nicht irgendwo hingehe und dann einfach direkt mich aufs bike setze oder dann sport mache und deswegen bin ich heute morgen aufgestanden habe mein sportzeit angezogen hier wird schon die leggings an und ich habe ein sports bra unter dieser jacke und dann werde ich gleich ein workout machen ich habe es mir fest vorgenommen ich habe heute nicht ganz so viel zu tun ich muss heute das video fertig schneiden diese sequenz sich jetzt aufnehmen ist noch von heute falls ihr das video genau an dem tag seht an dem ich es hochlade also heute ist heute und allgemein es war so es war einfach so wert heute morgen ich hasse das wenn pläne also ich plane meinen tag eigentlich immer ich plane jeden abend meinen tag alle to dos die ich mir aufschreibe sind so meine meine first things die ich machen muss am tag meistens einfach direkt morgens oder halt bevor ich irgendwie sachen machen kann die komplett spaßig sind oder mich mit leuten treffen kann und gerade wenn man zum beispiel termine hat wann man was abgeben muss oder wann man was hochladen soll oder wann man das und das zu machen hat dann ist es halt immer blöd und gerade bei mir ist es so ich hasse es wenn meine pläne nicht aufgehen ich bin jemand der sehr 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 gerne seinen tag strukturiert und auch so wirklich ich schreibe mir alles auf jedes detail schreibt mir jede sache auf die ich mache und plant es auch zeitmäßig und heute den tag hatte ich halt auch extrem strukturiert und dann kam mein papa und meinte so okay du musst mich jetzt nach frankfurt fahren und ich war so okay mein plan wird nicht aufgehen zumindest so wie ich es mir eingeteilt habe deswegen habe ich jetzt paar sachen verschoben und werde jetzt einfach so ein bisschen chilliger das ganze angehen weil ganz ehrlich ich mache mir einfach auch immer selbst druck aber so bin ich halt deswegen ja ich hasse das nur by the way jetzt wisst ihr so ein klein fun fact über mich ich hasse es wenn meine pläne nicht aufgehen das heißt nicht dass ich nicht spontan bin weil ich bin noch sehr spontan aber wenn ich jetzt niemanden anderes ein plane sondern so meine dinge die ich erledigen muss ein plane dann liebe ich es einfach nach einem plan zu arbeiten und nach struktur und dann und dann das und das zu machen das ist einfach so das liebe ich einfach und wenn mir dann was dazwischen kommt damit nicht mehr und damit ich immer so aber dann muss ich alles neu strukturieren ja ich habe by the way meine spitzen geschnitten bekommen das sieht man jetzt nicht so krass weil ich meine haare heute noch nicht gekämmt habe aber sie sind so ein bisschen geschnitten und heute ist mein absoluter haar waschtag also die gehen noch vom aussehen her geht es gerade noch irgendwie aber ich merke schon dass die oben am ansatz so ein bisschen ein bisschen eklig werden und deswegen werde ich heute meine haare waschen und weil ich jetzt sowieso ein workout mache passt das perfekt deswegen werde ich jetzt ein workout machen dann werde ich duschen dann werde ich mir wahrscheinlich das heftain drauf machen und dann gehe ich heute abend mit einer freundin raus und wir gehen was trinken ja und das finde ich klingt nach einem sehr guten plan ich zeige euch nachher mal eine neue haarmaske die ich probiert habe ich habe die schon auf instagram gepostet und ich habe die jetzt zum ersten mal ne zum zweiten ausprobiert und meine haare leute ich habe wirklich ein unterschied direkt gemerkt ich habe die angefasst weil meine haare auch sehr bröde sind durch das ganze glätten und locken beziehungsweise eigentlich nur durch die locken und jetzt fühlen die sich einfach nach der wäsche so so gut an ich habe jetzt seitdem ich das benutzt habe also ich habe jetzt meine haare vor zwei drei tagen gewaschen und seitdem habe ich die jetzt nicht mehr mit hitze bearbeitet außer einmal kurz geföhnt und seitdem fühlen die sich auch so weich an an den enden und wenn ich die jetzt zum beispiel einfach nur wasche dann locke dann wieder wasche dann wieder locker dann merke ich halt dass es wirklich strapazierend ist aber diese maske beziehungsweise kur die hilft unnormal gut ich werde euch gleich zeigen aber jetzt machen wir erstmal workout also falls ihr heute vorhateten workout zu machen und keinen bock habt machten workout wir machen das jetzt zusammen es ist bei der way schon kurz vor zwei und ich wollte eigentlich um 12 uhr mit allem fertig sein ich trage wieder ein typisches set von oceans the part ich wollte euch das nur zeigen weil immer voll viele sagen dass oceans the part halt so eine schlechte qualität hat und ich auch damals als ich dafür werbung gemacht habe so ein bisschen kritisiert wurde warum ich für die werbung mache wenn die eigentlich wirklich nicht so eine gute qualität haben und ob ich die sachen wirklich trage und wenn ich workouts mache oder wenn ich raus gehe und spazieren gehe oder einfach so ein bisschen aktiver bin und wirklich ein chilling look brauche dann ziehe ich die sachen wirklich an also ich habe die jetzt nicht nur im schrank liegen weil ich dafür keine ahnung geld oder so bekommen habe sondern wirklich ich trage die sachen und ich mache mit dem sport und ich bin bis jetzt wirklich wirklich zufrieden mit den sachen bei mir ist noch nichts kaputt gegangen keine naht gar nichts deswegen kann ich manchmal diesen diese kritik nicht so ganz verstehen aber vielleicht sind es ja wirklich andere produkte die influenza bekommen oder keine ahnung weil das ja auch oft gesagt wurde aber ich bin wirklich zufrieden mit den sachen sonst würde ich euch die nicht zeigen und hier haben wir das süße ding was jetzt mal anmachen werde und benutzen werde ich muss sagen ich bin wirklich sehr frau gewesen was die letzte zeit angeht es hat einfach auch schon staub hier drauf weil ich nicht drauf saß das ist wirklich wirklich geil ich habe auch so viele fragen bekommen wie ich das bis jetzt finde und ob ich meine review machen kann aber ich habe es halt einfach legit noch nie benutzt richtig also ich war schon mal drauf und ich habe auch schon workout gemacht und ich war auch platt aber so richtig benutzt und so richtig eine review machen kann ich noch gar nicht weil ich einfach zu selten drauf bin and it's very sad aber es ist einfach so aber ich benutze es jetzt sie auf dem bike ich weiß ich so leute workout ist dann ich muss sagen es hat sich sehr gut angefühlt ich habe jetzt kurz gechillt weil ich eben gar nicht reden konnte ich war voll aus der puste es hat sich sehr gut angefühlt und ich weiß jetzt auch was jeder meint wenn man sagt nach dem sport fühlt man sich besser und ich muss sagen ich möchte unbedingt dieses workout so in ein bis zwei wochen komplett durchziehen können weil ich bin immer so jemand ich habe jetzt zum beispiel das workout gemacht und zwar ist das zweite wo das zweite workout war das zweite workout auf dem peloton bike und ich habe es nicht durchziehen können also ich konnte nicht jeden step machen du musst halt immer den widerstand hochdrehen und dann kommen so wie etappen du fährst den berg du fährst eine schnelle straße und es ändern sich halt immer so die bedingungen muss alles einstellen manchmal musst du härter treten manchmal musst du schneller treten und manchmal konnte ich einfach nicht mithalten weil ich halt einfach anfänger bin und dann bin ich aber jemand der sich schnell schlecht fühlt also ich bin dann immer so warum schaffe ich es nicht und andere würden es durchziehen können aber die sind halt auch alle länger dabei und selbst wenn man schafft dann habe ich wirklich respekt davor aber ich muss mich einfach daran gewöhnen dass ich so untrainiert bin und einfach erst mal so in den flow kommen muss und die durch um die workouts durchzuziehen und ich nehme mir halt immer viel vor und bin dann halt schnell enttäuscht wenn ich nicht alles direkt schaffe und das muss ich ja auch lernen dass ich das okay ist wenn ich nicht direkt dieses 20 minuten workout von 0 bis 100 komplett durchziehe oder von minute 1 bis minute 20 konstant trete wenn es mir irgendwie gerade zu viel ist und ich einfach gerade nicht mehr kann dann ist es okay wenn man kurz die beine ausruht oder wenn man zehn sekunden pause macht und was trinkt wenn anderes vielleicht gerade nicht machen würde und eigentlich noch durchziehen das muss ich mir so ein bisschen in den kopf rufen weil ich dann immer das gefühl habe dass ich halt nicht 100 prozent gegeben habe obwohl ich meine 100 prozent gegeben habe und das einfach eine sache ist von von dranbleiben und dass man es einfach öfter macht und das klar ist dass man halt oft beim ersten mal nicht direkt 100 prozentig das macht was von einem gefordert wird weil man einfach nicht trainiert ist dafür und deswegen muss ich mir das erstmal in kopf rufen dass es okay ist pausen zu machen obwohl die nicht angesehen sind oder obwohl andere jetzt gerade keine machen aber das war jetzt so bei mir der fall aber trotzdem es hat sich mega gut angefühlt ich kann jetzt komplett relaten wenn leute sagen nach dem sport fühlst du dich um einiges besser mir lief der schweiß eben komplett in meine boobies rein an meinem rücken lang meine haare sind legit einfach nass weil die an meinem rücken liegen und weil der halt so nass geschwitzt ist und ich glaube man kann ganz gut erkennen dass ich sport gemacht habe weil mein kopf auch einfach sehr sehr rot ist und ich werde jetzt duschen gehen ich habe mir auch vorgenommen wieder ein bisschen mehr wasser zu trinken weil die flasche war jetzt lange zeit in meinem auto und habe ich das trinken irgendwie vernachlässigt obwohl ich weiß wie wichtig es ist für den körper für die haut auch für später und deswegen setze ich mir jetzt wieder so einen kleinen goal am tag so zwei bis drei flaschen zu trinken damit ich auch so hydraten bleibe und genug trinke also falls ihr nicht genug trinkt this is your sign trinkt genug und macht ein bisschen sport damit ihr euch einfach besser fühlt mir geht es gar nicht darum dass ich jetzt keine ahnung für den sommer unbedingt viel viel dünner sein will oder definierter sein will sondern einfach ich will fitter werden und ich will mich wieder besser fühlen weil ich weiß dass mein körper sehr unsportlich ist und sehr untrainiert und ich das einfach ändern will natürlich ist es ein geiler neben effekt so ein bisschen definierter zu sein aber dafür braucht man auf jeden fall geduld dafür muss man dranbleiben und das will ich jetzt auch und vor allem dieser 20 minuten ride den will ich auf jeden fall komplett durchziehen können so in zwei drei wochen das will ich mir so als ziel nehmen dass ich den komplett schaffe ohne pause beziehungsweise halt nur dann eine pause wenn er sagt und dann einfach komplett durchziehen zu können das wäre zu mein goal also man muss langsam anfangen aber es ist okay wir fangen alle klein an also falls ihr gerade auch mit was begonnen habt und noch nicht so gut seid wie ihr es euch wünscht oder wie ihr gedacht habt das ist okay man braucht einfach diesen progress und es wird besser man muss nur dranbleiben verliert die motivation nicht und ein klein tipp falls ihr auch so jemand seid der sich nicht zum sport motivieren kann was mir extrem geholfen hat ich habe gestern nach zähne geputzt dann habe ich meine sportsachen genommen habe die auf mein fahrrad gelegt und habe die heute morgen direkt nach dem aufstehen direkt angezogen bin dann so mit den ganzen morgen umgelaufen und habe mich dann aufs bike gesetzt weil ich wusste ich muss mich nicht mehr umziehen ich kann mich einfach draufsetzen und loslegen und das war so dieser step dieses aufstehen aus dem bett aufstehen anziehen umziehen und dann raufsetzen sondern man war schon fertig konnte sich einfach drauf setzen und deswegen hatte ich schneller so motivation und war einfach schneller bei der sache ohne lange drüber nachzudenken und das ist auf jeden fall das ist momentan das produkt was ich für meine haare benutze das ist von kerastase die resistance mask therapie ist aber noch wie man das ausspricht auf jeden fall ist es so eine reparierende hama die gebe ich immer so wie spülung in meine längen und spitzen und lasse ungefähr drei vier minuten ein wirken meistens rasiere ich mich dann in der zeit und dann was ich es aus und meine haare fühlen sich danach so so gut an wirklich so so gut so geschmeidig meine längen fühlen sich extrem gepflegt an ich kann euch sehr empfehlen ich glaube jetzt 30 euro gekostet so sieht die von innen aus ihr seht wie viel ungefähr fehlt ich habe die jetzt zweimal benutzt also ich benutze nie so richtig viel produkt für meine längen ich verteile es einfach immer nur gut und dieser geruch alleine die riecht auch so krass gut also falls ihr eine gute maske sucht ich kann die euch wirklich sehr empfehlen nächste Woche